CB on the beat hole Hallo 001, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich hätte gern einmal die neuen Designer Herrencooks von Balenciaga Aber bitte getürkt, wenn es geht der Herr Jawoll Haben Sie auch frische Windeln? Hallo? HiFacts, wie man Geld spart Nummer 1 Wenn ihr Löcher in die Hose von eurer Mutter schnippelt Spockt ihr tonnenweise Kohle Nummer 2 Drückt euch teure Logos einfach selber aus Spart viel Geld und ruht aus Nummer 3 Geh in einen Einkaufsladen Und nimm dir die Kleidung einfach mit Du musst gar nichts bezahlen Nummer 4 Wenn du morgens vorm Kleiderschrank stehst Und du dich nicht entscheiden kannst, was du anziehen möchtest Trag einfach gar nichts So So Und jetzt habt ihr euch auch bestimmt gefragt Was das alles miteinander zu tun hat Äh Ich hab selbst keine Ahnung Äh Mir war einfach langweilig Aber der Anfang mit der ISS hatte schon Hintergrund Und zwar Dass Jugend von heute immer mehr auf Kleidung setzt Ich persönlich würde anstatt eines 5000 Euro Pullis Mit nem billigem Logo Lieber ne Robe aus dem 15 Jahrhundert tragen Aber das ist ja nur meine Meinung Wenn ihr euer Sparschwein töten Und euer Portemonnaie vom Papier befreien wollt Nur zu Ach scheiße Jetzt wird das Video wieder viel zu ernst Ich zähle mein Geld Das schönste auf der Welt Es kommt zu mir von überall Und es macht mir die Taschen prall Banan Und ich muss jetzt auf die Tonleute Oh 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 Oh